Then let's go! Izyl! 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 Puh, oh, das hatte ich ja alles neulich erst, okay. Hm, das ist jetzt ein bisschen lame, aber... Hm... Ha! Hä? Bitte schon! Was ist das für ein... What? Okay, ich... Ich versuch's. Oh. Unendlichkeit. Ich war auch kurz davor, das zu schreiben. Äh... Ir-irgendwas mit... Die hat einen ziemlich langen Arm. Ja. Die ist ziemlich klein, oder so? Oh nein, das sieht falsch aus. Sie soll... Sie soll nicht... Okay. Es geht aber um ihn. Und er ist so... Ach... Und hat... Was steht da? Ach so, ah, lol. Und... Und... Bin... Voll... ... ... ... ... ... ... Gott. Hä? Äh... Ähm... Wie such's dann? Äh... Das frag ich mich auch, ja. Äh? Mann... Mäh... Ist das ein Merkmal, dass er eine Brille hat, die aussieht wie ein Unendigkeitszeichen? Es ist eine Sonnenbrille. Ah... Äh... 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 Was... Was kommt am Anfang? Ich weiß das letzte Wort. Das... Ich hab... Kein Plan. Ich hab'n. Ach so... Macho-mäßig... Voll das komische Wort. Boah... Ist aber auch schwer. Macho-mäßig... Alles klar. Oh shit. Ähm... Egal. Die ist trotzdem wunderschön, okay? Ein Tos wurde betan. Käsefrau. Oh mein Gott. Und... Aber... Es geht um... Ach... Ja... Ich war so Pipi Langstrumpf zusammengeschrieben? Ja, ich auch! Nein... Voll scheiße! Voll scheiße! Sie müssen übersprüssen. Sie müssen übersprüssen. Sie müssen übersprüssen. Sie müssen übersprüssen. Oh, meine sind stärker geworden jetzt in den letzten Wochen, weil halt Sonne. Und ich bin so... Oh mein Gott, voll süß! Ja... Ja... Wow... Nice! Wow... Richtig gut! Das ist mein Spirit-Aimel. Verwalt! Das sieht aus wie ein Doggo von hinten. Stimmt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Süß! Sehr schön! Yeah! Aber der Schwanz wäre dann ein bisschen deplatziert, oder? Ja, der wäre so ein bisschen... abgerutscht. Stimmt. Weggelaufen. Das wird jetzt bestimmt lustig aussehen. Hahahaha! Oh! Schick! Hallo! Ups! Das Auge ist nicht ganz so dick. Es geht nicht um die Augen. V... Hahahaha! Sag das hier! Ein Auge wurde schlimmer als das andere. Oh, jetzt wird es schielen! Ja, schön! Sehr gut! Hä? Ja! Ups! Oh wow! Ich weiß nicht! Ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So generell gesehen. Hä? Aber... Was macht die Person? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hahahaha! Bruh! Hahahaha! Hahahaha! Vor allem will ich... Und jetzt petuschieren! Häh? Oh! Oh, hab ich gar nicht mitbekommen. Na, wer will ich nicht? Ich weiß gar nicht. Häh? Ähm. Ähm. ÄH. Ich weiß gar nicht, die Farben. Hä? Häh? Aber... Ähm... Aber... Wieso kein Brettspiel? Mensch, ärgere dich nicht, es ist zu lang dafür! Ja, das hier auch. Diese vier Leute spielen dieses Spiel, und einer von denen ist ein... Also, alle von denen ist das, aber im Singular. Jaaaaaaannn! Hä? Penta auch. Hä? Aaaaaaah! Nee, verdammt! Was? Oh, der Controller ist voll süß geworden, voll gut. Oh! Das sind alle. Derp! Spieler. Äh... ähm... Toller Spieler, Alter! Oh Gott! Ich bin ein Spieler vom Beruf. Ähm... Ich weiss nicht, jemand... Deren... Vorderteil... ...macht. Das sieht aus wie ne Rakete. Ähm... Und das kann sich auch so... auch... Ähm... dass wir sehen. Nachen... Ich waков... Ne? Hä?! Hhe? Oder sonst... Hä? Ach! Warum? Nee. Oh, Gürteltier, nicht Murmeltier! Ich hab das kleine runde Dingsi erkannt. Ja. Immerhin. Shrimp. Es könnte auch ein Shrimp sein. Shrimp. Ein Shrimp Gürteltier. Ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Ein Shrimpeltier. Ich glaube, so sehr... nee, so sehr nicht. Moment. Eher so... Shrimpeltier. Aww. Hm. Süß! Oh nein! Geht um das da... Und das... Es ist nicht so ganz rot. Es ist eher so ein bisschen so... ...orange? Oh man, das ist so... Also... Wir sehen an. So. Sehr gut. Aber du hast ja Sackern! Ja. Voll süß! Voll süß! Keine Frischi! Ähm... Och lol... Äh... Okay... Das hatte ich neulich... Das... Keine Ahnung, was das jetzt sein soll... Okay... Aber... Okay... Nee, ich habe jetzt was genommen, wovon ich weiß, was es ist, aber... Tschu... Oh nein... Uff... Nee, das passt nicht... Passt auch nicht? Ja... Ah! Nee... Hä? Lobi ist viel zu gesund... Was macht dieses Geräusch? Liefel Chips! 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 Oh... Ich mag diese... Katze... Pommes Chips... Sprit... Egal... Ich weiß nicht mehr, wie man die... Oh... 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 Ich bin... Ah... Das andere war... Falsche... Ich habe es trotzdem erkannt! Ja... Ich war so... Oh... Oh... Dann will ich mal wieder hin... Okay... Ich war da noch nie... Oh mein Gott... Das war zusammen... Oh... Wow... Mir fällt... Der Name nicht ein... Und dann ist das hier... Äh... 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 Wer... Also... Wow... Yay... Ich war so... Äh... Äh... Schweden... Nein... Finnland... Nein... Scheiße... Eins von Dänen... Oh... Eins von Dänen... Deine Lüge nicht! ich weiß nicht was ich hier singe aber und wir haben dann auch so es geht nicht nur um den sondern um das große ganze von davon ihm hier gibt es ganz viele davon gibt es ganz viel und auch von so die waffe sah aus wie von einer tankstelle dieser man kann so viele deutsche wörter mit blut schreiben das ist eine person aber es geht eigentlich um etwas anderes noch was diese person sagen würde er sagt gesundheit ich habe schon wieder gewonnen Aaaaaaah! Ach, Kaffee! Nein!